Waldkatzhofen Waldkatzhofen ist im 10. Jahrhundert als Rodungssiedlung entstanden. Die Namensherkunft ist nicht genau belegt und geht möglicherweise auf einen Waldhof zurück, in dem Wollstoffe hergestellt wurden. Der Name könnte ebenfalls vom Familiennamen Waldkatzhofen oder Walcher herstammen, welche die Rodung veranlasst hatten. Im Jahre 1099 ist das Adelsgeschlecht Udalrich und Wittegode Waldkatzhofen nachweisbar, welches die Burg von Waldkatzhofen bewohnt haben soll. Direkt am Rande von Waldkatzhofen erhebt sich der Burgberg etwa 50 Meter über die Dächer des Ortes. Hier oben finden sich Geländespuren einer mittelalterlichen Turmhügelburg, über deren Aussehen nichts bekannt ist. Die Burg ist im Laufe des 15. Jahrhunderts verfallen. Die heute noch sichtbaren Geländespuren stehen unter Denkmalschutz und lassen die frühere Anlage erahnen. Das Plateau der Hauptburg misst rund 30 mal 15 Meter und ist durch den steilen Westhang geschützt. Ein bis zu 5 Meter tiefer Graben schützte die anderen Seiten der Anlage. Vor der Hauptburg befand sich eine halbkreisförmige Vorburg, von der nur noch ein 40 Meter langer Rest eines Waldgrabens zu erkennen ist. Der Rekonstruktionsversuch des Burgstalls Schlösslesberg bei Zusmasshausen vermittelt eine Vorstellung davon, wie in etwa auch die Turmhügelburg von Waldkatzhofen ausgesehen haben könnte. In seiner Geschichte hatte Waldkatzhofen verschiedene Grundherren und Zugehörigkeiten, so zum Beispiel die Hattenberger, die Ritter von Schwabeck, die Staufer und ab 1390 das Domkapitel Augsburg. Nach der Säkularisation im Jahre 1803 wurde Waldkatzhofen eine selbständige Gemeinde. Sie gehörte zunächst zum Landgerichts- und Rentamtsbezirk Ursberg und seit 1837 zum heutigen Regierungsbezirk Schwaben. Die Kriege gingen nicht spurlos an Waldkatzhofen vorbei. Eine Gedenktafel unterhalb der Kirche erinnert an die Gefallenen. Der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 kostete rund 150 Männern das Leben und halbierte damit die Einwohnerzahl. Im Ersten Weltkrieg fielen 47 Männer, aus dem Zweiten Weltkrieg kehrten 66 nicht nach Hause zurück. In den 1950er Jahren wurde damit begonnen, die Infrastruktur Waldkatzhofens zu verbessern. In den folgenden Jahrzehnten wurden beispielsweise Kanalisation, Kläranlage und Wasserversorgung modernisiert, Straßen asphaltiert und eine neue Schule gebaut. Von 1984 bis 2010 lief das Flurbereinigungs- und Dorferneuerungsverfahren. Heute präsentiert sich Waldkatzhofen als kleine, wachsende Gemeinde inmitten der schönen Landschaft der Stau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.